116 Rosbach ist ein Ortsteil der Domstadt Naumburg im Burgenlandkreis im Süden Sachsen-Anhalt. Ort Rosbach ist ein Straßendorf mit großen Hausgärten, einer Kirche, einem Kindergarten, einem Festplatz und dem St. Michaelshaus. Der Ort mit etwa 350 Einwohnern liegt an der Bundesstraße 180 zwischen Naumburg und Klein-Jenna hinter einer alten Straßenbrücke über die Saale. Diese 77,23 Meter lange, steinerne Bogenbrücke mit vier Pfeilern wurde am 18. Oktober 1866 feierlich eingeweiht. Geschichte Rosbach wurde 1214 als Rosbach erstmals erwähnt. Von Bedeutung war ein Rittergut, von dem 1256 ein Ritter Heinrich von Rosbach namentlich genannt wird. Dieses Rittergut ging 1356 in den Besitz des Klosters Pforter über. Die Mönche besaßen ab 1360 die Gerichte über Hals und Hand und die Fischereirechte an der Saale zwischen Kösenerwehr bis zur Rosbacher Fähre. Rosbach ging nach Auflösung des Klosters Pforter 1540 als Amtsdorf an das Schulamt Pforter. Durch die Beschlüsse des Wiener Kongresses kam Rosbach zu Preußen und wurde 1816 dem Landkreis Naumburg im Regierungsbezirk Merseburg der Provinz Sachsen zugeteilt. Zu dem es bis 1944 gehörte. Die Schlacht bei Rosbach am 5. November 1757 fand bei Braunsbädra im Saale-Kreis statt. Kunst, Kultur und im Vereinsleben Im Ort finden alljährlich diverse Volksfeste wie Fackelumzug, Saale-Weinmeile und Kirmes statt. Der ökumenische Pilgerweg von Görlitz nach Wacher führt durch Rosbach. Wirtschaft, am Ortseingang gibt es ein kleines Gewerbegebiet. Außerdem hat Rosbach zwei Weingüter, ein Hotel und eine Gaststätte. Verkehr, Naumburg-Rosbach hat einen Haltepunkt an der Unstutbahn Naumburg-Wang. Politik, Rosbach bildet mit den Ortschaften Großjena, Kleinjena, Großwilsdorf und die Gemeinde Kleinjena. Der Ortschaftsrat setzt sich aus Jürgen Spielberg, Thorsten Grober, Carsten Brehme, Udo Leibniz, Peter Zebulau, Stefan Rühlmann, Otto Schmidt zusammen. Ortsbürgermeister ist Jürgen Spielberg und sein Stellvertreter ist Carsten Brehme. Persönlichkeiten Johann Friedrich Röhr, Doktor der Theologie, Generalsuperintendent und Oberhofprediger in Weimar. Röhr hielt Johann Wolfgang von Goethes Grabrede in Rosbach erinnert am Haus Nummer 31 eine Gedenktafel an ihn. Außerdem ist die Hauptstraße nach ihm benannt. Dr. Johann Friedrich Röhr Straße Wir haben ihn unter Begrüßt und die Hauptstraße nach ihm. Kiste